Nach der witterungsbedingten, verlängerten Winterpause steht der KFC Uerdingen unmittelbar vor dem Rückrundenauftakt. Das Saisonziel des NRW-Ligisten heißt weiterhin Aufstieg. Trainer Jörg Jung freut sich, dass es endlich wieder losgeht. Im Grunde wird es Zeit, dass es wieder losgeht. Wir haben jetzt gute acht Wochen hinter uns gebracht. Und mit dem Pokalspiel letzte Woche haben wir ja eigentlich schon begonnen. Aber jetzt wird es dann Zeit, dass es in der Meisterschaft auch wieder losgeht. Worauf haben Sie in der Winterpause besonderen Wert gelegt? Ja gut, wir haben ja ein paar Stellschrauben gedreht, dahingehend, dass wir personell den Kader ein bisschen gemischt, neu gemischt, neu aufgestellt haben. Und haben sicherlich jetzt leider das Pech gehabt, zu Beginn der Vorreitung ein paar Spieler schon in den verletzten Stand bekommen zu haben. Wie Igor Bendowski, Lukas Pierschel, Jochen Höfler, der jetzt leider als potenzieller Torjäger dazugekommen ist. Und insofern haben wir sicherlich noch ein paar Baustellen. Aber primär war das Ziel, die neuen 10 zu integrieren und aus dem dann noch übrig gebliebenen Stamm eine Einheit zu formen. Ist der direkte Aufstieg über Platz 3 noch zu erreichen? Da wollen wir jetzt gar nicht drüber nachdenken. Wir konzentrieren uns jetzt auf Herne und nach Herne geht es dann wieder ins nächste Spiel hinein. Wir tun eigentlich gut daran, weil das machen uns auch viele andere Vereine vor, in der Bundesliga und der Zweiten Liga. Wenn man wirklich nicht über das große Ziel nachdenkt und redet, sondern sich auf die kleinen mal konzentriert, auf Etappen. Und die Etappe ist halt eben immer das nächste Spiel. Und ich glaube, wenn wir so mal die nächsten Wochen und Monate angehen, dann wird sich alles andere dann von alleine heraus kristallisieren. Neuzugang Hasan Ogur, der schon in der ersten türkischen Liga spielte, fühlt sich beim KFC Oerdingen wohl. Ich finde das richtig toll hier erstmal. Die Mannschaftskollegen haben mich hier wirklich sehr gut aufgenommen. Und ich bin ja jahrelang im Ausland gewesen. Aber ich habe hier nur Positives bis jetzt erlebt. Sieht alles ganz toll aus im Moment. Sieht super aus für uns. Welche Rolle wirst du auf dem Feld einnehmen? Ja, ich bin ja einer der Ältesten. Ich glaube, schon der Älteste im Verein. Und ich habe natürlich auch viel Erfahrung. Das will ich natürlich auf dem Platz auch zeigen. Die Jungs haben mich hier auch richtig gut akzeptiert und läuft eigentlich alles ganz gut. Ich denke schon, dass ich mit meiner Erfahrung und mit meinen Kenntnissen viel für den Verein hier bringen werde, auch in der Mannschaft. Was darf man zum Rückrundenauftakt zu Hause gegen Herne und Felbert von der Mannschaft erwarten? Also erstmal denken wir jetzt immer vom Spiel zu Spiel. Das erste Ziel war es erstmal, Thuru aus dem Pokal rauszuschmeißen. Das haben wir geschafft. Jetzt ist es eigentlich unser Ziel, gegen Herne hier drei Punkte zu holen. Egal wie. Schöner Fußball, schlechter Fußball. Hauptsache wir gewinnen erstmal. Holen die drei Punkte, damit wir jetzt auch mal wieder drei Punkte ins Konto nehmen mit können. Und dann sehen wir halt weiter. Aber zu Hause denken wir nur ans Gewinnen. Müssen wir halt nur gewinnen. Auch gegen Felbert müssen wir die drei Punkte holen. Über Herne fahren wir nach Madrid. Über Herne fahren wir nach Madrid.